Einen wunderschönen guten Abend, liebe Kolleginnen aus der ganzen Welt. Heute sind wir zusammen, um an einem Webinar teilzunehmen. Und ihr seht, wir haben einen Gast. Das ist Lukas Wolski und oben ist Nadja Bluss. Ich bin in Frankreich, er ist in Deutschland. Und er berichtet heute für uns, extra für uns, für DAF-Lehrer in der ganzen Welt, was ist das akzentfrei Deutsch sprechen. Und ich übergebe mein Mikrofon an Lukas. Bitte Lukas. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, bei dir, Nadja, als Gast hier aufzutreten. Und ich werde heute ein bisschen darüber sprechen, was man alles tun soll, um akzentfrei Deutsch sprechen zu können. Ich selbst komme aus Polen. Ich habe angefangen, Deutsch zu lernen als erwachsene Person. Und dann habe ich es irgendwann geschafft, auch mal Deutsch zu studieren und dann auch Phonetik zu studieren. Ein Extrafach. In Deutschland gibt es nur acht Institute, die sich mit Phonetik so ganz, ganz genau beschäftigen. Ja, und dann 2008 habe ich es wirklich dann geschafft, ja, meinen Abschluss, ja, zu machen. Und seitdem arbeite ich als, ja, Trainer, auch Personaltrainer, ja, aber nicht für Fitness, leider, sondern für die Aussprache. Und, ja, heute bin ich bei euch da, um, weil ihr seid Lehrer, vielleicht sind diese Informationen für euch ganz, ganz wichtig, für eure Aussprache, aber vielleicht auch für eure Schüler, ja, oder Kursteilnehmer, je nachdem, wie ihr, in welcher Form ihr unterrichtet. Ich möchte einfach ganz einfach beginnen. Also, wir haben heute, ja, nicht so viel Zeit. Ganz allgemein möchte ich halt alle einzelnen Schritte durchlaufen und dann einfach sagen, ja, worauf es ankommt, ja, bei der Ausspracheschulung. Guck mal, grundsätzlich ist es so, wenn wir, ja, wir, jeder von uns, ja, war irgendwann Kind. Und Kinder lernen, sprechen wann, erst, ja, ungefähr, wenn man zwei ist, ungefähr, ja, dann beginnen die Kinder zu sprechen. Alles, was davor passiert, beruht auf dem Hören. Und, das sollten, wir sollten, wir sollten auf jeden Fall, diese, diese reine Folge auf den Fremdsprachunterricht, oder, wenn wir nochmal unsere Aussprache verbessern möchten, sollten wir uns auf jeden Fall erstmal auf das Hören konzentrieren. Bitte aber, verwechselt nicht Hören mit, ja, jeden Tag Deutsch hören. Ist natürlich wunderbar und empfehlenswert, um, ja, Melodie der Sprache, ja, sich anzueignen. Oder, um, ja, Rhythmus, Intonation, wie auch immer. Das ist alles wunderbar und ich empfehle das jedem. Allerdings, mir geht es hier nicht um musikalisches Ohr, sondern es gibt so etwas wie ein phonemisches Ohr. Und da sollte jede Ausspracheschulung beginnen. Beginnen. Leider ist es oft so, das ist ja nicht die Schuld von, von, von Lehre, sondern vom System an sich, ja. Ich habe selbst Germanistik studiert, ich weiß, wie das denn aussieht im Germanistikstudium, ja, die Aussprachelehre. Oft ist es ja ein Semester, vielleicht zwei, weiß ich auch nicht mehr. Und das ist ja alles, ja, man lernt ein bisschen, ja, die Phonologie, ein bisschen Aussprache regeln. Aber die Reihenfolge und wie und warum, Akustik, Phonetik, Artikulation, das liegt irgendwo auf der Strecke. Deshalb, es ist ganz, ganz wichtig, im ersten Schritt, im ersten Schritt, sich auf das phonemische Hören zu konzentrieren. Was bedeutet das? Ein, ein jähriges Baby ist imstande, alle Laute in seiner Sprache, in der, in der sprachlichen Umgebung. Das bedeutet ja, in der Regel ist es eine Muttersprache. Ein Baby ist, äh, zwölfmonatiges Baby ist imstande, alle Laute voneinander zu unterscheiden. Und das ist ein Phänomen, ja, ist natürlich sehr, sehr schwer messbar, aber es ist so, das kann ich euch versprechen. Es gibt bestimmte Studien dazu. Das heißt, ein Baby braucht ungefähr zwölf Monate, ja. Wir Erwachsenen, wenn wir eine Fremdsprache lernen oder auch unterrichten, wie auch immer, haben wir den Vorteil, dass wir das, was ein Baby innerhalb von zwölf Monaten, ja, schafft, Wir können das innerhalb von ein paar Tagen schaffen, ja, oder von ein paar Wochen, wer auch immer, je nachdem, wie intensiv wir trainieren. Und im ersten Schritt nochmal, was heißt phonemisches Hören? Phonemisches Hören bedeutet, ich brauche erstmal mit dem Ohr alle einzelnen Segmente in der Sprache, lautliche Segmente in der Sprache, ja, zu identifizieren und dann diese auch voneinander zu trennen oder zu unterscheiden. Wie kann man das trainieren? Das kann man trainieren, wenn wir gezielt am besten Silben einfach hören. Silben, also eine Silbe, ja, liegt mir vor, ich bekomme diese zum Hören und dann muss ich selbst dazu kommen, zum Ergebnis, weil wenn ich jetzt mal alle Silben, die in der Sprache, äh, alle Laute, die in der Sprache quasi vorhanden sind, wenn ich diese zum Hören bekomme, dann kann ich das so lange üben, bis ein Cluster entsteht, bis, also, das heißt, ich komme selbst zum Ergebnis und dadurch entdecke ich, wie viele Laute es überhaupt gibt in der Fremdsprache. In unserem Fall ist es in Deutsch. Das heißt, ich kann auf diese Art und Weise, äh, Vokale unterscheiden und Konsonanten unterscheiden. Wir wissen, die deutsche Sprache ist sehr, sehr vokalreich, ja, ich weiß es nicht, ob wir das mal, ich denke, ich gehe davon aus, also ich spreche mit den Lehrern, von daher, ja, wir haben 17 Vokale, Vokalqualitäten in der deutschen Sprache und das macht natürlich auch viele Probleme bei den Deutschlehrernenden oder, ja, wir haben oft Probleme mit der Umsetzung. Bedeutet, dass wir, wir müssen erst mal sicher sein, dass wir alle Vokale erst mal auditiv mit dem Ohr erkennen können und das sollten wir auf jeden Fall durch gezielte Übungen machen. Ich werde vielleicht in der Diskussion, wenn wir, wenn ihr vielleicht mir Fragen stellt, dann werde ich euch vielleicht auf eine oder andere Frage ein Beispiel geben, weil ich möchte in erster Linie erst mal die sechs Schritte besprechen, so ist es auch betitelt, unser Webinar heute, in sechs Schritten zum Akzent frei Deutsch sprechen. Eigentlich ist es ein zweiter Schritt, weil der erste Schritt, das ist eine Kopfsache, eine Motivation, wofür brauche ich das Ganze und, 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 ja. Diesen Schritt will ich aber vielleicht weglassen, weil da brauche ich euch nicht zu motivieren, euch Germanisten, das ist ja vielleicht hier für uns nicht nötig. Bedeutet nochmal, dass wir, wenn wir einzelne Vokale, einzelne Laute, einzelne Konsonanten verstanden haben, wahrgenommen haben, dann kann ich erst handeln. Das ist das Gleiche, jeder von uns, jeder Mensch braucht ein gewisses System. Kinder brauchen ein System, Erwachsene brauchen ein System, ja, Kinder haben irgendwelche Strafsysteme, Belohnungssysteme von den Eltern bekommen, wir kriegen auch irgendwelche Gesetze, ja, Gebote, wie auch immer. Das heißt, erst dann fühlen wir uns ganz, ganz sicher. Das heißt, ich weiß, wo ich mich bewegen kann. Ich weiß, wo die Grenze ist, ich weiß, wo die Wand ist. Wenn ich weiß also, wo ich im System stecke, dann bin ich viel, viel, ja, sicherer. Weil ich weiß, ich habe noch zwei Schritte nach links oder fünf Schritte nach vorne, einen Schritt nach hinten, wie auch immer. Das heißt, ich kann mich besser finden im System. Dadurch fühle ich mich auch bewusst, selbstbewusster, sicherer, ja. Und jetzt übertragen wir das Gleiche auf die Sprache, auf die Laute. Bevor wir über Akzente oder Wortbetonungen sprechen, irgendwelche Intonationsmuster sprechen, sollen wir uns erst mal auf der segmentalen Ebene bewegen. Das bedeutet, wenn ich weiß, es gibt 17 Vokale in der deutschen Sprache, es gibt, wie viele, 24 oder 23 Konsonanten in der deutschen Sprache. Wenn ich das weiß, das bedeutet für mich, ich stehe auf einem gewissen, ja, Lautfeld, wie auch immer, ja, und ich weiß, okay, jetzt habe ich ein Quadrat oder ein Viereck, das ist mein System, das ist mein lautliches System, in dem System bewege ich mich. Warum das so wichtig ist? Das ist ganz, ganz wichtig für die Selbstkontrolle, ja, und natürlich auch für die phonologische Bewusstheit. Phonologische und dann phonetische Bewusstheit. Das bedeutet, wir brauchen erst mal diese Bewusstheit zu stärken und dann kann ich zur Produktion rübergehen, logischerweise. Weil dann erfolgt wirklich eine Selbstkontrolle und durch diese Selbstkontrolle, auch wenn ich einen Fehler mache, auch wenn ich diesen Fehler sofort nicht korrigiert habe, bleibt der Fehler irgendwo im Kopf, auch wenn ich nach einer Aussage oder nach einem Gespräch, ich kann mich mit dem Fehler auseinandersetzen, ich kann diesen Fehler behandeln. Wenn wir dieses Wissen, diese Bewusstheit nicht haben, heißt es, ja, ich bin unbewusst, ich spreche weiter, ich mache Fehler, keiner kann mich korrigieren, ja. Es ist ja nicht zufällig, dass die Menschen mit, ja, Hörschäden auch falsch produzieren, weil da findet eben diese Selbstkontrolle nicht statt. Diese Resonanz findet einfach nicht statt. Deshalb, ja, sind die Menschen, ja, die mit Hörschäden irgendwie, ja, entweder stumm oder, ja, sie produzieren irgendwelche komischen, ja, Laute, die sehr, sehr schlecht zu identifizieren sind. Das Gleiche, ja, gilt für die Fremdsprache. Das bedeutet, erst mal das System kennenlernen und dann Produktion. Und diese Produktion, ja, das ist ein sehr interessantes Thema, weil jeder möchte eigentlich, also jeder assoziiert eine Aussprachelehre, beginnt, ah, okay, jetzt beginnen wir zu sprechen. Und meine, ja, Schüler, Kursteilnehmer, wie auch immer, wenn die zu mir kommen, sagen sofort, ja, super, ab morgen machen wir einen Kurs oder wie auch immer, ja, wir werden sprechen. So, bis wir sprechen, dauert es in der Regel zwei, drei, vier Wochen, ja, weil erst mal will ich sicher sein, dass der Mensch einfach diese phonologische Bewusstheit der deutschen Sprache hat, weil dann ist es viel, viel einfacher, es ist sicherer. Zwischen Produktion und der Perzeption, also der erste, zweite Schritt, das ist die Perzeption, Perzeption, dann habe ich auch gesagt, die Produktion. Dazwischen ist aber noch die Akustik der Sprache und ich würde auch da einiges anbieten. Ein Beispiel, was Akustik heißt. Ja, ich habe hier, vielleicht seht ihr das mal, gut, ja, ein Wort Himbeeren. Hier haben wir ein Beispiel, ja, für eine Schwa-Elysion. Wir wissen, am Ende dieser Ändung en, ja, da versteckt sich hinter dem Buchstaben e der Laut Schwa. Der Laut Schwa, ist ja ein Murmerlaut, eigentlich hat es keine Qualität, dieser Laut, aber hier nur ein Beispiel, es gibt ein kostenloses Programm, ein Internetprogramm, Prat, vielleicht schreibe ich das auf, P-R-A-A-T. Ich hoffe, dass ihr das mal gut seht, Prat, dieses Programm, das ist ein Programm für phonetische Analysen. Es ist eigentlich für Profi, aber, glaubt mir, ich nutze dieses Programm auch in meinem Unterricht. Das heißt, ich brauche nicht tausend Funktionen, die dieses Programm anbietet, sondern nur drei Funktionen. Und dadurch ist dieses Programm echt einfach. Dieses Programm ist für phonetische Analysen. Das heißt, in diesem Programm sehen wir so etwas wie hier auf dem Bild, das ist ja ein Sonogramm, und hier, ja, man sieht es, Himbeeren, oder Himbeeren, mit Schwa-Elysion, ja, also Null, das heißt, Schwa gibt es hier nicht, und in diesem unteren Bild hier haben wir Himbeeren, ja, und wir sehen ganz, ganz genau, dass da hat sich, da drückt sich dieses Schwa aus in diesem Sprachsignal. Auf diese Art und Weise kann man selbst eigene Aussprache trainieren, einfach sich dann aufnehmen, einsprechen, und eigene Aussprache beobachten und schauen, mache ich da Fehler, mache ich keine Fehler. Man kann natürlich auch fremde Sprachsignale hier einspielen, zum Beispiel Nachrichtensprecher, die gemäßigt ist, also Hochdeutsch sprechen und Standarddeutsch sprechen, und da kann man natürlich auch dadurch zum Beispiel, wann benutze ich die Schwa-Elysion, in welchen Fällen, in welchen lautlichen Umgebungen. Ganz, ganz wichtig, das habe ich einmal auch mit meinen Schülern gemacht, gut, das waren 17, 18-jährige Schüler, die haben ein Aussprache-Coaching gehabt und die haben wirklich selbst zu bestimmten Regeln gekommen und die haben entdeckt, aufgrund dieser Sprachsignale hier, man kann ganz, ganz deutlich sehen, Schwa ist hier ein Sprachsignal, das ist von links nach rechts, das ist ja eine X-Achse Zeit, egal jetzt, was diese Linien bedeuten, und man sieht ganz, ganz einfach, dass hier eine Länge ist, eine Vokaldauer ist, markiert ist, und das ist ein Schwa, und hier fehlt das. Also so kann man auf jeden Fall trainieren mit diesem Programm. Wenn ihr diese Möglichkeit habt, im Unterricht, oder für sich selbst einfach, würde ich auf jeden Fall empfehlen, ja, das Programm ist auf Englisch, aber, wie gesagt, es geht um Open, New, Create, View und Edit, also diese Wörter sind eigentlich ja nicht so schwierig. Es gibt auch viele Tutorials im Internet, ja, für dieses Programm Prat, also von daher, man kann wirklich ganz, ganz schnell da einsteigen, und vor allem, wenn ihr das für euren Unterricht nutzen ja, möchtet, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr interaktiv und attraktiv für die Schüler, ja. Die Schüler heutzutage, wir wissen das, wir interessieren sich, ja, Computer, irgendwelche, das ist ja das, was die jetzt gekennzeichnet, von daher, ich denke, diese Methode ist auf jeden Fall gut, um zum Beispiel Schwa-Elysion zu entdecken, zu entdecken, die Schüler sollen selbst zu dem Ergebnis kommen. Es ist nichts Besseres. Zweiter Punkt, auch, ne, ihr seht hier diese roten Linien, ja, auf dem, auf dem Bild. Was heißt das? Jeder Mensch, du, ich, und alle anderen, die mich jetzt hier beobachten und hören, besitzen Papillarlinien, da sind ja diese Papillarleisten im Finger, ja, und jeder hat individuelle, ja, Kombination von diesen Linien. Das gleiche sieht es bei den Konsonanten und Vokalen aus. In der Regel, sagen wir so, Vokale, ja. Jeder Vokal hat auch eine bestimmte Linie, diese roten Linien, das sind sogenannte Papillarlinien, oder akustisch gesehen Formanten. Und glaubt mir, wenn die Schüler entdecken, ja, okay, I, I, ja, der Laut I hat zum Beispiel, haben wir das hier nicht? Ne, haben wir hier nicht, ja, sind die ersten zwei Linien von unten, ja, eins und zwei, das sind die Papillarlinien, ja, und da könnt ihr schon mal feststellen, dass die Linien bei I sehr weit voneinander entfernt sind, ja, während sie, wenn wir zum Beispiel Ü bilden, und wir wissen, der einzige Unterschied zwischen dem Laut I, ich werde hier den IPA Lautschrift verwenden, I, wie bei Lieben, zum Beispiel, I und Ü, ja, unser Umlaut, kann ich mal so sagen, ja, Ü, das lange, gespannte Ü, ja, der einzige Unterschied ist ein Merkmal zwischen I und Ü, ja, die Zunge bleibt da, wo sie ist, was sich verändert hat, ist nur die Lippenposition, ja, aber die Zunge bleibt stehen, so wie Stein, ja, oder angeklebt, I, Ü, I, Ü, I, Ü, das ist auch eine gute, gute Übung, ja, um die Unterschiede zu entdecken und Sprachsignal wird sich das so äußern, dass die untere Linie genau auf der gleichen Höhe ist, warum, weil die Zunge eben sich nicht bewegt, ja, wenn die Zunge da bleibt, wo sie war, bei I, heißt es auch, dass diese erste Linie von unten auch, ja, keine Bewegung hat, dadurch, dass wir unsere Lippen vorgestürzt haben, ja, und gerundet haben und ja, langgezogen haben, wird sich der zweite Linie, ja, die gehen nach unten und dadurch, wenn wir, also ich würde jedem empfehlen, auch diese Vokale paarweise, paarweise zu üben, ja, I, Ü, I, Ü, das gleiche, wir gehen eine Etage tiefer, was haben wir da? E, I, E, und jetzt schaut mal, wenn wir, also wir haben E, I, E, wie zum Beispiel gehen oder geben, geben, E, wenn ich das gleiche tue, was bei dem, bei diesem Paar, da entsteht ein anderer Vokal und zwar, E, Ü, Ü, I, Ü, ganz einfach, das heißt, die Aussprache, diese 17 Vokale, ist überhaupt nicht schwierig zu erlernen, man muss einfach ein gewisses System da aufbauen und wie gesagt, immer paarweise, ja, das heißt, wir haben hier, Ü, wie bei Öl, ja, äh, Sie, Öl, Sie, Öl, ich hoffe, ihr macht das gleich auch mit, ja, wenn nicht, dann macht ihr das nach dem Seminar, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Fragen noch gleich, ja, wenn wir dazu kommen. das heißt, paarweise zu üben, vielleicht noch, wir gehen noch mal eine Etage tiefer, wir haben also, I, E, Ä, genau, Ä, so, was passiert bei Ä? Das ist ein einfacher Vokal, ich denke, in vielen Sprachen, in den meisten Sprachen, gibt es diesen Vokal Ä, Ä, jetzt machen wir das gleiche, wir runden ein bisschen, aber nicht voll, die Lippen, da entsteht ein, Ä, 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 dieses, ja, kurze, Ä, 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 wie bei Köln, zum Beispiel, Köln, Ä, ja, also wir haben Ä, und dann, Ä. Auf diese Art und Weise kann man wirklich gut üben, ja, Ä, 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 und die Schüler haben auf jeden Fall viel Spaß, weil die bewegen nur die Lippen, die müssen nur halt die Muster koordinieren, das ist ja genauso, viele haben Probleme damit, die, 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 die rechte Hand irgendwie so zu drehen und die linke auf andere Richtung, wie auch immer, oder mit dem rechten Bein so einen Kreis zu machen und, ne, das ist das Gleiche hier. Also wir müssen uns konzentrieren auf die Zungeneinstellung, die bleibt fest und dann spielen wir nur halt mit den Lippen, ja, und auf diese Art und Weise ist es nicht nur, ja, sinnvoll, aber auch lustig vielleicht, weil da entstehen auch oft irgendwelche komische Geräusche und Klänge, ja, abgesehen davon, ja, ich werde jetzt natürlich nicht das ganze Vokalsystem jetzt versprechen, dafür haben wir wenig Zeit, nur ein paar Beispiele, wie man das einfach gut üben kann, vielleicht noch ein interessanter, der letzte Satz, was Vokale angeht, es gibt zwei A's, ja, in der deutschen Sprache, wir haben dieses kurze A und das lange A und wenn wir uns ganz, 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 ja, genau reinhören, entdecken wir, dass wir das kurze A, Ball, 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 das ist ein Vorderzunge, Vokal, A, ist auch heller, akustisch gesehen, das kann man auch schön sehen, wenn ich diese Linien vergleiche, ja, in diesem Programm Prat, da ist ja ein kleiner Unterschied, aber ein hörbarer Unterschied, ja, A, Ball, Ball, Ball und wenn ich ein langes A jetzt mal artikulieren sollte, bei Fahren zum Beispiel, oder ein Saal, dann ist die Zunge verlagert, nach hinten und nach unten, ja, A, A, also nicht nur die Vokalquantität spielt hier eine große Rolle, ja, sondern auch Qualität, weißt, diese zwei Vokale sind doch unterschiedlich und nicht nur bezüglich der Vokaldauer, da gibt es auch einen qualitativen Unterschied, ne, das würde ich auch auf jeden Fall nochmal, ich finde es für wichtig, so, bei den Konsonanten zum Beispiel, ich hatte auch gestern einen schönen, einen schönen Unterricht gehabt, kein Unterricht, stopp, ein Gespräch, und in diesem Gespräch hatte ich ja, ja, ich habe gerade eine Bewerbung geschrieben, Bewerbung geschrieben, was selbstverständlich, ja, das ist eine Ausspracheabweichung, ja, dieses Endung NG, ja, wenn wir zwei Buchstaben NG haben, N und G, da ist ja kein G zu hören, ja, das ist kein NG, ja, Bewerbung falsch, Heizung falsch, ähm, Zeitung, Zeitung falsch, ja, man muss sich einfach abgewöhnen, von diesem NG, ja, das deutlich auszusprechen, dafür haben wir ja einen Laut, ja, das ist ein komischer Laut, ja, wir bilden es ganz einfach, indem wir hinten, ja, wir bilden es ganz einfach, bei G, bei G, bei G Bildung, aber da entsteht keine Plosion, also wir lösen das nicht einfach G, sondern wir stellen die Zunge in der ersten Phase, wie bei G, aber wir lassen die Luft durch die Nase, ja, entweichen, von daher, hm, und die Zunge, die muss ganz locker sein, weil wenn wir die Zunge zu, mit viel Anspannung da positionieren, dann bei dem, äh, bei dem, ja, Rückweg quasi, Rückweg, dann wird es einfach dann so ein Knack, oder Klick hörbar, und das darf nicht passieren, ja, also Zeitung, Bewerbung, ähm, Heizung, lang, langer, ja, oder der Name, langer zum Beispiel, oder lang, länger, lang, länger, ja, also achtet auch drauf, ja, bei eurer Aussprache auch, das ist wirklich ja, weil das macht viel aus, das sind Kleinigkeiten, das sind Nuancen, ja, aber am Ende, ähm, eben aus diesen Nuancen, aus diesen Kleinigkeiten, entsteht der sogenannte Fremde, Akzent, so, das ist ein weiteres Beispiel, sehr, sehr charakteristisch, für die deutsche Sprache, warum klingt die deutsche Sprache überhaupt so, ähm, abgehackt, so scharf, ja, in vielen Ohren, ganz einfach, also wir haben auf jeden Fall hier, eine Phonotaktik, das heißt, wir haben eine bestimmte Kombination von Konsonanten, das ist eine, aber zwei Merkmale sind ganz wichtig, a, bei, ähm, stimmlosen, plosiven, k, wenn sie im Ausland, Ausland, nicht im Ausland, Auslaut sind, ja, stehen, zum Beispiel Gott, ja, da müssen wir wirklich ein bisschen mehr Energie da, äh, reinpressen, und einfach dieses t beenden, mit einer kleinen Aspiration, die aber nicht hier entsteht, sondern da genau, wo t gebildet wird, t, Gott, und, ja, man muss sich wirklich konzentrieren, auf dieses t, auf dieses Gott, und, äh, was noch, Tag, ja, der Tag, ja, das ist kein G am Ende, ne, das ist also diese bekannte Auslaut, Auslautverhärtung, ähm, Verhärtung, ja, also wiederum sind wir dabei, bei diesem Laut, das heißt, das ist die nächste Regel, t, ähm, was war das, genau, Gott, und, ja, Tag, Tag, noch ein Beispiel, bei p, viele, vor allem mit, ja, Polen, also ich bin Polen, ich weiß wie das ist, ja, wie wir ja p bilden, wenn ich sage, mein zweiter Name ist Piot, ja, da sage ich, ich bin, äh, Lukas Piot, okay, da bewegt sich der, der Zettel nicht, ja, wenn ich das auf Deutsch sage, ich bin Lukas Peter, ja, ich bin Lukas, Peter, Peter, ja, also ihr seht auch da, diese, diese Aspiration, bisschen mehr Luft, bisschen mehr Energie, ja, die in diesem, in diesen Lauten, diesen drei Lauten, Konsonanten stecken, die müssen ja wirklich dann irgendwie, ja, gelöst werden, und die müssen einfach nach außen, ja, explodieren, deshalb heißen die auch, Laute, diese, äh, äh, und so weiter, die sind explosiv, und diese, die deutsche Sprache ist sehr, sehr charakteristisch, alle fünf Wörter im Satz, haben diese Endung, T, oder, oder, ähm, deshalb achtet drauf und auch sensibilisiert auch eure Schüler, dass es eben sowas gibt, und was noch, noch vielleicht sehr viel interessanter ist, das ist der sogenannte Glottalverschluss, ja, vor jedem Vokal, zum Beispiel, erinnern, ja, erinnern, äh, sich erinnern, ja, viele von uns sagen, erinnern, 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 irgendwie weich und sanft, ja, schade, weil, da ist es sehr knacklaut, was hier ja genau im Kehlkopf entsteht, es ist sehr, sehr charakteristisch, ja, für die deutsche Sprache, hört euch Nachrichten, ja, oder lasst einfach dann euren Schülern Nachrichten hören, und da entdeckt man einfach dann so einen Klicks, so wie, wenn man, als würde man mit Maus irgendwie anklicken, das ist genau dieses Geräusch, diese Knack, Knacklaut, was sehr, sehr charakteristisch ist, ja, das ist mit der Bildung ganz einfach, weil wir müssen nur die Stimmbänder zusammenpressen, und das machen wir, zum Beispiel, wenn wir sagen, äh, 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 oder, m, 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 in dem Moment, da entsteht eine kleine Pause, und in der Pause, ja, wird einfach dann, werden die Stimmlippen kurz zusammengezogen, ja, und da entsteht auch keine Explosion eben, also nicht bei den Lippen, sondern bei den Stimmlippen, ja, und dadurch haben wir diesen Knacklaut da, das ist sehr, und dadurch hört sich die deutsche Sprache eben sehr abgehackt und sehr, ähm, scharf, ja, also erinnern, 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 ähm, beate, beate, ja, nicht beate, ne, oder nicht Joana, ja, meine Frau heißt Joana, Joana, auf Polnisch, ja, ähm, allerdings Joana, Joana, also nicht Johanna, das ist etwas anderes, ja, ein schönes Minimalpaar ist zum Beispiel aus, 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 Haus, aus, Haus, ja, diese zwei Wörter unterscheiden sich eigentlich nur durch diesen einen Konsonanten, aus, vor dem A steht eben aus, 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 Haus, das Interessante dabei ist, dass dieser Laut, äh, 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 dieser Laut, dieser Knacklaut, dieser Laut hat keinen Buchstaben, also keine Entsprechung, keinen Vertreter in Form von Buchstaben, das ist der einzige Laut in der deutschen Sprache, den wir ja nicht schreiben, aber den müssen wir dann irgendwie nochmal aussprechen, ja, so, das ist mal ein bisschen, vielleicht eine andere Übung nochmal zur, zur Produktion, ja, wäre es, um, äh, einfach zu sensibilisieren, ja, dass es, ähm, dass die, äh, 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 hinterzungen Vokale, gerundete Vokale, nicht hinterzungen Vokale, die gerundeten Vokale, wirklich gerundet sind, äh, die müssen wirklich stark, mit starker Ausprägung gebildet werden, das heißt, wenn ich O sage, dann muss ich U sagen, ja, die Lippen müssen maximal nach vorne gehen, und dann muss auch maximale, äh, äh, Rundung, ähm, erzielt werden, U, nicht irgendwie O oder O, ja, das machen viele auch diese Fehler, U, 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 ne, einfach U, so weit, dass es nicht mehr geht, und ein super Unterschied, oder sichtbarer Unterschied, ist ein, ähm, ähm, Wortpaar zu sehen, Pollen, ja, und Polen, ja, und Polen, ich denke, jeder weiß diesen Unterschied, ja, Polen, nochmal Polen und Polen, 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 man sieht es an meinen Lippen einfach, aber es ist noch besser zu sehen, wenn ich mich jetzt quer, also zu euch ein, äh, ja, positioniere, und mache folgendes, den, ähm, wie heißt es, den Zeigefinger, lege ich an die Nase, und, ja, den Daumen hier unten, den Kinn, ja, und bei Polen, O, O, vielleicht ist es besser, O, 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 Polen, O, O, Polen, ihr seht, hier entsteht noch, äh, ja, da haben wir ziemlich viel Raum noch, Freiraum, oder die sage ich, Polen, 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 so, so sieht ein richtiges Training aus, natürlich, im Training übertreibt man oft, ja, das ist das gleiche im Fitnessstudio, man muss Gas geben, um später das locker zu bilden, das gleiche im Training, im Training sollen wir auf jeden Fall übertreiben, ja, auch wenn wir da, sollen wir uns auf jeden Fall nicht schämen, ja, egal, ob wir Lehrer sind, oder ob wir Schüler sind, also ich hab diesen, ähm, ich hab gute Erfahrungen mit Arbeit, ja, in Arbeit mit Lehrern, am Anfang sind ein bisschen nochmal irgendwie, ja, schüchtern, schämen sich ein bisschen, ja, und danach, wenn, ja, nach zweiten Session, wie auch immer, da geben sie wirklich Gas, und egal, ob sie Fehler machen, dafür sind alle da, dafür sind wir auch hier, um einfach voneinander zu lernen, ja, ich kann von Nadia was lernen, Nadia von mir, und so weiter, und so fort, wir sind Fachkollegen, und wir sollen uns auf jeden Fall unterstützen, und nicht irgendwie gegenseitig auslachen, ja, also das ist die vierter Schritt Produktion, wir haben noch, ja, ein bisschen Zeit, vierter Schritt Silber, also, alles, was wir bis jetzt durchgemacht haben, das war, ja, also vielleicht noch ein Bild hier, so Bildung von, ja, das ist das oben, oft haben auch russische deutschsprachende das Problem, ich, ja, ich habe, ja, produzieren, das ist ja sehr charakteristisch für russischsprachende Menschen, und hier haben wir, vielleicht da ein Tipp, ja, zwischen h und h, ja, vielleicht nicht zu unterscheiden, aber wie kann ich diesen Laut h bei ich, oder zwanzig, wie kann ich diesen Laut gut üben, schaut mal, wir müssen einfach i sagen, i, diesen Konsonanten, Konsonant i, i, so, diese Konsonant ist stimmhaft, i, i, so, jetzt auf einmal, wenn ich i sage, schalte ich meine Stimmbände einfach aus, da entsteht ein stimmloser Konsonant, und das ist eben dieses, schaut mal, i, i, man muss vorher mehr Luft da reinpressen in die Lunge, ja, nochmal, i, 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 ihr seht, hier in der Artikulation oder in der Zungenstellung ändert sich gar nichts, ja, was sich, da ändert sich auch wiederum ein Merkmal, Stimmhaftigkeit oder dann Stimmlosigkeit, ja, also das ist auch wiederum, am besten ist zu trainigen, Laute, paarweise, aber nur dann, wenn die sich mit einem oder durch ein Merkmal unterscheiden, nicht mehr als, ne, ein Merkmal, weil, sobald wir zwei Merkmale haben, vor allem in der Anfangsphase, dann wird das schwieriger sein, weil da müssen wir uns konzentrieren auf zwei Dinge, das ist noch schwieriger, ne, das heißt, solche Paare sollte man finden, die wirklich sich unterscheiden durch ein einziges Merkmal, und bei in dem Fall i, 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 ja, unterscheiden sich diese zwei Konsonanten durch, ja, Stimmhaftigkeit, mehr nicht, ja, deshalb, auf jeden Fall, solche Übung würde ich auch jedem empfehlen, und vielleicht nochmal bei der Produktion ist auch wichtig, diese Vokaldauer, ja, dass man da auch ganz bewusst vorgeht und auch mal übt, ja, wenn ich einen langen Vokal habe, dann soll ich wirklich auch mit der Hand arbeiten, ja, ich sage, mit der Hand arbeiten, Hand ist kurz, ja, deshalb, ich helfe mir halt, ja, mit dieser Bewegung, es muss kurz, ja, kurz sein, ja, und kurz und lang, ja, beide Wörter haben diesen kurzen Vokalen hier drin, während üben, ja, oder gehen, oder geben, wie auch immer, ja, man muss sich einfach das irgendwie auch motorisch, ja, sollte man sich motorisch unterstützen, durch die Handbewegung, weil da bleibt das besser hängen im Kopf, ja, wenn wir nochmal eine motorische hier, achso, und ich dachte, das wäre dann was für mich in der Information, aber das fragen wir, ja, zwei Schritte noch, ganz kurz, Silbe, Silbenaufbau, ja, man muss auch uns ja klar geben, vielleicht die Regeln, ja, Silbenaufbau brauchen wir dafür, damit wir, damit wir mit Regeln gut umgehen können, ja, wenn wir das irgendwie, wenn wir nicht wissen, wie die Silbe sich aufteilt, zum Beispiel Teilung der Silbe, wenn wir zwei silbige Wörter haben, ja, wenn wir nicht wissen, wo genau die Silbengrenze ist, ja, und das ist manchmal sehr, sehr kritisch, ja, man muss das wirklich wissen, wie die Phonotaktik aussieht, das heißt, welche zulässige Kombination es gibt in der deutschen Sprache, wenn wir das aber wissen, dann wissen wir auch, ob da ein Vokal lang oder kurz ausgesprochen werden kann, und wenn lang, dann ist automatisch auch gespannt, ja, und von daher, da brauchen wir auf jeden Fall dieses Wissen, ja, wie sich die Silben aufteilen. Ich werde das, ich werde das jetzt nicht besprechen, weil das ist ja viel, viel zu, ja, viel, um das, ja, so schnell zusammenzufassen, aber ein kleiner Tipp, ja, um einfach die Vokallänge, Vokaldauer zu trainieren und sich dessen bewusst zu machen, ja, braucht man dieses Wissen, ja, wie die Silbe aufgebaut ist und dann ist es viel, viel einfacher, weil ich entdecke das selbst, dass, ah, diese Silbe, ist es offen dann, oder geschlossene Silbe, ja, wenn ich das weiß, dann weiß ich automatisch, ja, ob ein langer Vokal oder ein kurzer Vokal davor kommt, ja, oft wissen wir das, aber wir setzen das einfach nicht um, weil wir entweder das nicht wissen, diese Regeln, oder weil wir die Selbstkontrolle nicht haben, oder dass wir einfach nicht trainieren, ja, das sind ja drei Gründe, warum, ja, ein Training oder eine Aussprache manchmal, ja, nicht erfolgreich ist, oder nicht schön ist, wie auch immer, ja, und dann erst im letzten Schritt würde ich auf die suprasegmentale Ebene kommen, ja, Wortbetonung, ja, Wortbetonung, gut, wir haben schon in der deutschen Sprache initiale, also, wie heißt sie dann, ja, ja, erst Silbebetonung, ja, es sei denn, wir haben irgendwelche Suffixe, äh, Präfixe, ja, dann endet sich natürlich das, ne, aber man kann auch mit den Schülern zum Beispiel Unterschiede trainieren, ja, umfahren, umfahren, oder umfahren, umfahren, ja, diese Unterschiede sollte man auf jeden Fall trainieren, auch gestikulieren, ja, und die Bedeutung natürlich auch besprechen, das macht auf jeden Fall auch Spaß, und die Schüler sind auf einmal, ja, heiter und wissen, oh, stimmt, ja, das ist ja auch meine, das ist meine Erfahrung, und danach gehe ich, ja, zu dem Satz, Akzent, ganz, ganz wichtig in der deutschen Sprache, das hängt ein bisschen mit der rhetorischen Fähigkeiten zusammen, äh, zusammen, weil, da, ne, ob ich sage, ich fahre morgen nach Berlin, ja, oder ich fahre morgen nach Berlin, oder ich fahre morgen nach Berlin, ich fahre morgen nach Berlin, ja, ihr seht, vier Sätze, aber vier verschiedene Intentionen, meinerseits, ja, das ist der Satz, Akzent, und das sollen wir auf jeden Fall mal den Schülern auch mal üben, ja, weil das hängt auch mit der Intention, mit, ja, mit Emotionen sogar, ja, es ist nichts Besseres, als wenn man emotional etwas erzählt, weil nur dann gewinnen wir andere Menschen, ja, so, erst mal vielen Dank für diesen, ja, für diese Zeit, dass ihr mir, äh, gewidmet habt, ich warte auf eure Fragen. Als Erste wollen wir uns bedanken bei dir, lieber Lukas, weil ich habe mir geöffnet den Mund gehört, weil das war so, so interessant. Die Frage haben wir von Nicoletta, und sie fragt, wie kann man mit diesem Programm Prat arbeiten? Du hast es gar nicht erwähnt, ob das im Unterricht ist, oder mit den Schülern, die Aussprache trainieren, bitte? Ja, ähm, dieses Programm, wie gesagt, das Programm, wie gesagt, das Programm, wie gesagt, Vielen Dank.